Ich möchte jetzt die NFL-Helme ranken. Es ist eine persönliche Meinung. Let's go. Ich muss trotzdem gleich anfangen, dass für mich Raiders immer noch eine Eins ist. Overrated finde ich nicht, Raiders ist Klassik. 49ers mit dem Gold ist schon nice. Guck mal, Berlin Thunder sind ja die gleichen Farmen. Ich finde auch, 49ers mit dem goldenen Helm. Aber ist es eine Eins? Ich finde das schon ganz gut. Der goldenen Helm ist schon sexy. Ist schon sexy. Ich muss gerade eine Zwei oder eine Eins. Ich bin bei einer Zwei und Eins. Nein, ich muss zwei machen. Was ich noch ganz nice finde, einfach die Farbkombination. Da war ich aber, dass das Logo nicht geil ist, aber in der Kombination die Chargers mit dem Gelb und Weiß und Babyblau. Finde ich nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Logo selber für mich nicht geil, aber die Kombination und ich denke aber auch schon ein bisschen an die Jerseys, was eigentlich auch scheiße ist. Ich muss bei den Helmen bleiben, aber ich finde es schon optisch eine geile Farbe und ich liebe Babyblau. Das ist meine Lieblingsfarbe. Das sind meine Begründungen. Ich hoffe, dass ich nicht wie Sami so eine Doppelmoral habe. Der Helm der Browns, der Play Lastnehmer, bin ich voll bei dir. Darüber haben wir gesprochen. Ey, einfach nur orange. Finde ich nicht geil. Ich finde, ein Logo muss da rauf. Jetzt ist die Frage, welches Logo von den Browns, aber das ist einfach orange. Nein, ist nicht geil. Und ich bin auch bei euch. Die Bengals packe ich da mit rein. Aber wenn wir nachher nochmal über Kombinationen reden und Ordnett Jerseys. All White Bengals, das komplette Outfit, ist einer der geilsten, was es gibt. Also wir sehen, ich muss mich hier kurz ein bisschen zurückhalten. Aber der Helm an sich ist nicht geil. Der Weiße, bin ich bei euch. Weiß ist nice. Auch, was ich nicht geil finde, aber es ist keine 6. Commanders. Dem Logo drauf, weißt du ja, das Logo selber, war ich auch Samis Meinung, fand ich nicht geil. Aber auch die Farbe, der Lack ist noch ein bisschen cool, ist auffällig, aber eine 6 ist es nicht, eine 5. Ist eine 5. Was für mich extremst nice ist, Miami Dolphins. Das Weiß, das Turquise mit dem Dauphin, Orange, das sind geile Farben. Obwohl ich eigentlich sagen muss, ich finde immer so All White, das sieht schon geil aus, die Farbkombination. Eigentlich muss ich schon, das ist eine 1 für mich. Aber mit dem weißen Face-Mass ist geil. Weil guck mal, wie ihr sehen könnt und auch aus meiner Erfahrung, oft sind die Face-Mass zu grau. Und es passt nicht immer geil. Weil hier passt es einfach, dass es weißes Face-Mass ist. Und ich mache auf die 1, Leute. Auch geile Kombination, die neuen Helme. Logo an sich, fand ich nicht geil, aber mit dem Helm, die Farbkombination. Warte, Silber, Stern, Dallas, sorry, ich weiß, most hated team und so, ist eine 2. Die packe ich in den Klassiker rein, mit diesem Silber, 49ers, Gold. So, das muss auf der gleichen Ebene sein. Real kurz. Ich habe gesagt, Logo 2 habe ich Trash bekommen. Cold Sand mit dem Grau, ich finde das Grau, die sind so typisch Klassiker, muss ich sagen, 4. Bin ich bei euch, bin ich bei euch. Ich finde Helm, auch Jerseys, das ist alles so Klassik. Cold Sand war Klassik gewesen, aber ist nichts Besonderes. Ist nichts Besonderes. Falcons, dieses dunkle, matt, schwarze, mit dem Falcon drauf, ist geil. Ich möchte 2. Ich glaube, die haben dieses Silber, ne? Also das ist nicht Grau, sondern die haben so ein Silber-Face-Mask. Ist geil, wenn es das ist. Das ist wirklich nice, auch unique. Cardinals. Deren Logo ist drauf, man versteht den Punkt, weiß, grau. Ich packe es einfach nicht auf die 6, weil der Unterschied ist da. Browns haben gar nichts drauf, ist einfach orange. Und die bangen jetzt einfach diese Streifen. Wenn der normale Mensch nicht weiß, was NFL-Team sind, würde ich denken, was zur Hölle ist denn das? Ich glaube, bei den Arizona Cardinals würde eine Person wenigstens verstehen, ah, okay. Weißt du, Cardinal, Arizona, könnte das sein. Oder nicht? Bears. Chicago, das C, einfach rauf. Ich mag diese Farbe nicht so, ist nur mein Geschmack. Aber ich muss auch bei einer 5, weißt du, das ist okay. Ist okay. Ich muss sagen, Lions, auch dieses Silber, finde ich gut. Mit dem Löwe drauf, habe ich eine 3. Hatte noch keine 3, krass. Finde ich gut. Dieser Seahawk-Helm, auch nur eine 5. Obwohl deren Jersey-Kombination mit dem Neon brutal ist. Piratenflagge. Buccaneers. Was machen wir hier? Das ist so. Leute haben in dem letzten Video gesagt, wenn die Raiders eins sind mit Piraten, muss ein Buccaneer auch eins sein. Finde ich nicht. Das ist ja, was ist das für ein Grau? Ich finde es gut. Befriedigend. Green Bay auf die 1, das sagst du nur, weil du Green Bay Fan bist. Wo platzieren wir die Green Bay Packers? Gelbe Helm. Mir fällt gerade mal auf, guck mal, das ist der einzige gelbe Helm. Das Logo an sich finde ich nicht geil, aber das grün-gelb ist schon wieder geil, so ein bisschen. Aber nicht so geil. Ist es eine 3 oder eine 4? Ihr habt ein Alleinstellungsmerkmal, das Farbkombo, hast du vollkommen recht. Dafür kriegst du eine 3 und nicht eine 4. Das ist gut. Weil wirklich, das ist der einzige gelbe Helm, Alter. Tennessee Titans, eine 5. Nichts Besonderes. Eagles, Flügel, finde ich geil. Finde ich mega nice. Ist keine 1, ist eine 2 für mich. Dass nicht der Igel drauf ist, aber diese Flügel ist schon nice. Und ich bin Berlin Adler, wir hatten das Gleiche. Aber finde ich nice. Ist nicht eine 1, aber ist eine gute 2. Colts ist nichts Besonderes, aber deswegen ist es eine 4. Ich kann den Colts keine 5 geben, Alter. Parteich, da bin ich wirklich parteich. Rams mit einer 3, oder? Patriots. Oh, ich packe die Patriots. Packe ich auch noch eine 4, muss ich ganz ehrlich sagen. Ravens. Ich finde ja den Raven geil so. Das rote Face-Mask von den Patriots mit dem Rot in dem Patriot-Logo ist very nice. Du hast vollkommen recht, du bist ein bisschen überredet. Kommt rein. Weil ich liebe es, wenn man das Face-Mask mal anders macht und mit kombiniert. Ist geil. Die Colts aus neutraler Sicht wären eine 5. Aber geht nicht. Houston Texans. Ich finde das Logo geil. Mit den Farmen und all sowas. Aber dieses Blau, Navy, packe ich mit zu den Colts. Nichts Besonderes. Das Logo finde ich geil. Aber das Blau irgendwie, ich bin so kein Fan von dem Blau. Dann finde ich den Giants-Helm mit dem Blau. Das Giants-Blue finde ich geiler. Eigentlich. Das Logo. Weiß ich nicht. Eine 4. Ich glaube, wir werden auch noch eine 4 packen. Da nimmt das Logo das ein bisschen wieder runter. Aber ich finde das Blau ganz nice. Was sagt ihr mit den Jets? Das Grün. Das ist ja auch so einzige Grün in der Art. Auch so Metallic-Grün. Ich packe die hier mit rein. Auch so dieses Metallic-Grün. Vikings. Ich finde das Lila auch. Das Metallic-Lila finde ich ganz geil. Ich muss sagen, die sehen irgendwie nice aus. Aber nicht so nice wie in der Zweier-Ranking. Buffalo-Bilds. Auch weiß, graue Face-Mask. Buffalo drauf. Ist solide. Ich würde sagen solide, wenn ich mir das jetzt angucke. Guck mal, ich habe auch das Gefühl, dass die Panthers mit dem Panther und dem Silber. Und die haben da einen Streifen in der Mitte drüber. Haben auch wenige. Panthers finde ich eine 3. Hier bin ich wieder Broncos. Ich finde eigentlich geil. Aber es ist wieder dieses Navy-Blau. Guck mal, wie viele so dieses Navy-Blau haben. Dieses Dunkelblau. Weißt du, das sticht nicht raus. Natürlich mit Jersey-Kombinationen sticht das alles mehr raus. Aber ich finde das nicht geil. Weißt du was? Ich mache Washington Commandos auf eine 4, wenn ich das gerade so sehe. So, Jaguars. Packe ich auch hier hin eine 4. Es sind viele Chiefs-Fans hier drin. Wir haben ja viele Chiefs-Fans jetzt in den letzten Jahren hier in Deutschland gewonnen. Das weiße Face-Mask mit dem Weiß. Ich finde das schon geil. Das Logo killt mich irgendwie. Es ist nichts Besonderes. Aber das weiße Face-Mask mit dem weißen Logo und dem Rot und Rot. Also nicht too much, aber gut kombiniert. Oh, Saints Gold. Mit dem schwarzen Face-Mask. Saints is badass. Ist so. Voll hässlich. Bist du jetzt so lange? Eher eine 4. Ich finde das Gold ist ein komisches Gold. Nicht so geil wie San Francisco Metallic. 3. Pittsburgh Steelers. Das ist Wappen. Schwarz. Die haben doch noch den gelben Streifen da mitte rüber. Auch eine 3. Ich weiß nicht warum. Einfach eine 3. Kann ich gar nicht begründen. Aber weißt du was? Ich packe den 49ers Helm und den Cowboy-Selm auch auf eine 1. Ich glaube ich muss den Lions Helm nochmal hier. Irgendwie finde ich das geil. Ich glaube so würde ich es lassen Leute. Das ist mein Logo-Ranking. Was wollen wir als nächstes ranken? Nicht heute, nächste Woche.